KEMA Kitchenware KSM 800 Stabmixer Set Ein Pürierstab ist aus den meisten Küchen nicht mehr wegzudenken. Platt, spart und praktisch sind sie bestens zum Zubereiten von zum Beispiel Mayonnaise, Smoothies oder Suppen geeignet. Mit dem richtigen Zubehör eröffnen sich aber viele weitere Einsatzmöglichkeiten. Ein wirklich universeller Helfer in jeder Küche. Das KEMA Kitchenware KSM 800 Stabmixer Set verfügt über einen leistungsstarken 800 Watt Motor, der eine Höchstdrehzahl von bis zu 17.000 Umdrehungen pro Minute erreichen kann. Eine stufenlose Regulierung der Drehzahl inklusive Turbofunktion sorgt hier für optimale Pürierergebnisse. Die vier flügeligen Messer des Pürierstabs verfügen über eine titanbeschichtete Klinge, die sechsmal harter ist als eine herkömmliche Edelstahlklinge. Dadurch wird ermöglicht, dass auch sehr feste Lebensmittel wie zum Beispiel Eis oder Nüsse zuverlässig zerkleinert werden können. Ein integrierter Spritzschutz sorgt für ein sauberes Arbeiten. Der mitgelieferte große Küchenmaschinenaufsatz fasst ein Volumen von ganzen 1250 Millilitern und gewährleistet, dass hier auch größere Portionen verarbeitet werden können. Mit den unterschiedlichen Wechselklingen kann problemlos zerkleinert, geraspelt, geschnitten und gemixt werden. Sogar Pommes können in diesem Gerät geschnitten werden und du kannst wählen, ob die Lebensmittel fein geraspelt, grob geraspelt oder in Scheiben zubereitet werden sollen. Auch ein 500 Milliliter Behälter zum Zerkleinern ist im Set enthalten. Hier können nach Herzenslust auch größere Mengen an Gemüse, Zwiebeln, Knoblauch, Nüssen, Fleisch, Kräutern und Weichkäse zerkleinert bzw. gehackt werden. Im 800 Milliliter Mixbecher können Smoothies und andere Mixgerichte zubereitet werden. Dieser kann mit einem Deckel verschlossen werden und direkt in den Kühlschrank zur Lagerung gestellt werden. Weitere Zubehörteile sind ein Rührquillaufsatz zum Eischnee oder Sahneaufschlagen, aber er kann dir auch dabei helfen, einen Kuchenteig anzurühren. Ein Gemüse- und Kartoffelstampfer, der aus gekochten Kartoffeln oder Gemüse ein besonders cremiges und feines Püree produzieren kann und für die Zubereitung von Babynahrung besonders geeignet ist. Auch ein Schneequill zum Verrühren und Aufschäumen von Soßen ist im Paket enthalten. Im praktischen Aufbewahrungsständer kannst du den Stab und auch das Zubehör übersichtlich ordnen und so immer griffbereit halten. Mit seinem schönen Design findet er so bei Bedarf auch seinen Platz auf der Arbeitsplatte. Ein wirklich sehr umfangreiches Zubehör, das in kaum einem anderen Set so zu finden ist. Und was sagen die Amazon-Kunden, die dieses Gerät bereits ausprobiert haben? Die sind begeistert von der Funktionalität, die hier in einem Gerät vereint wurde. Das Reinigen geht einfach von der Hand und ist wesentlich einfacher als bei herkömmlichen großen Küchenmaschinen, erfüllt aber dennoch die gleichen Zwecke. Bei Amazon glänzt dieses Kema Kitchenware KSM 800 Stabmixer Set mit der vollen Punktzahl von 5 von 5 möglichen Sternen. Ein echtes Multitalent mit viel Zubehör, mit dem du vielleicht schon morgen leckere Speisen zubereiten kannst, wenn du so gleich auf den Link unterhalb dieses Videos klickst.